willkommen zu einer neuen mod vorstellung heute möchte ich euch den mercedes benz 1632 titan schwerlast 4 axa in der version 0.1 beta vorstellen für ls 15 42 downloads heute 110 downloads gesamt ein kommentar beschreibung erstmal hier die werbung von petz weg die modding factory und das ohv modding stellt euch heute dem mercedes benz 1632 titan schwerlast vor 8x8 aufrufzeichen viele texturen erneuert und teile eingebaut lichtbar eingebaut und funktioniert rückwärts fahren gehen die warnblinker an hinten normal an und die front über unten läuft auf standard ls 15 ist lock fehlerfrei keine fehler das hört schon mal gut an wir wünschen euch damit viel spaß und viele schwere lasten diese modifikation darf nirgendwo anders hochgeladen werden bitte benutzt den original link this modification has a man he nowhere else uploaded please use the original link ja und das andere ist keine ahnung holzka eine änderung version 0.1 beta am 23 august um 21 21 zwei bilder haben wir einmal von der seite und einmal von vorne sonst keine videos und die credits könnt ihr euch durchlesen einfach video pausieren und schon könnt ihr euch das ganze in ruhe angucken eine datei 128,3 mb groß und hier auch noch ein paar infos er ist multiplayerfähig und so weiter 4 leute haben sich bedankt beobachtet wird er von 2 und loser beobachten 6 3,4 von 5 sterne und ein kommentar und damit würde ich sagen sehen wir uns gleich in game zum in game teil bis gleich kommen zum in game teil von dem mercedes schwerlast lkw und ja hier vor uns steht da v8 titan power 530 ps titan titan und eine weiße anhängerkupplung von ok ringfelder dies ok gucken wir uns den doch erstmal an hier wieder steht 16 32 ng titan schwerlast oben die lichte bar zwei auspuffe haben wir einen fetten tank hinten drauf falls ihr das nicht seht das ist rot rot orange ist der ganze mod ja hier ausstelle auch nochmal titan die texturen sind allerdings ziemlich verschoben wenn ihr das seht also da ist natürlich in der 0.1 gar kein problem ich denke mal da wird sich bestimmt noch was tun und ja sieht aber trotzdem dennoch schon mal nicht schlecht aus ich denke mal was man auf jeden fall noch machen könnte meinerseits oder meiner meinung nach wäre auf jeden fall die anhängerkupplung in schwarz zum beispiel aber sonst sieht das eigentlich schon ziemlich solide und gut aus gucken wir uns den ganzen mod doch einmal im in game shop an dort besitzt beziehungsweise ist er angesiedelt unter der kategorie lkw und hier ist er für knappe aufgerundete 80.000 also 79.950 euro bekommt ihr ihn einmalige anschaffungskosten sind das 35 euro pro tag 235 kw und 320 ps und ja ich hab doch schon mal was vorbereitet für den kleinen test aber vorher möchten wir uns doch noch einmal den sound anhören ok es hört sich an wie ein kleiner trecker gut die hupen funktionieren wiederum gut die lichtbar funktioniert einwandfrei in dem fall sind das die rundum leuchten auch das licht einmal f drücken mehr kann man hier nicht einstellen haben wir sonstige einstellungsmöglichkeiten nein gut und dann würde ich sagen kommen wir mal zu dem teil beziehungsweise so ihr seht wenn ich jetzt rückwärts fahre dann gehen die warmblinke an wie beschrieben dann das hintere genau das hinterlich ich sehe jetzt nur die warmblinke kann die angehen aber ok finde ich gut so dann wollen wir doch einmal einen kleinen test machen äh ja wenn ich jetzt natürlich erstmal den links ausgewählt hätte äh ok Leute ah ah falsch taste gerückt sorry dafür wir werden jetzt nämlich mal zwei fahrzeuge zum hof transportieren um ihn einmal im fahrverhalten als schwerlasttransport zu testen hier habe ich einmal den standard new holland crc 90 gewählt für den test und ja danach noch sein bruder aus dem dlc und dann wollen wir mal den haben wir uns hier gerade gekauft und deswegen geht es jetzt los ja das sieht doch wunderbar aus passt so dann ist der erste platziert machen wir zu und es geht los der erste eindruck vom fahrverhalten ist sehr ok also er verlässt sich ein bisschen schwerfällig fahren aber es ist ja auch kein zuckerstiel der hinten drauf ist und deswegen ist das schon ok ok und ja dann fahren wir mal mit einer aber dennoch sehr soliden geschwindigkeit nähern wir uns auch schon dem hof ja also das was er machen soll das macht er transportiert transportiert ja transportiert die fahrzeuge solide und was mir gerade auch noch aufgefallen ist wir haben noch gar nicht das innere angeguckt da sehen wir zum beispiel dass schon mal die spiegel funktionieren und sonst der innenraum ja kann man so lassen und ja hier ist er der erste neue fahrzeug für den hof was mir schon mal gut gefällt ist dass die rund umleuchten anbleiben ja sollten wir auch runter machen ne ja wundervoll so mit dem transporter vom mb hier ist das schnell gemacht da sind die maschinen schnell auf dem hof weil er mit einer guten geschwindigkeit unterwegs ist so einmal gepackt zack der erste neue drescher ist damit auf dem hof angekommen und ja der hänger ist kein standard hänger das ist auch ein mod aber ich weiß gerade nicht welchen oder wo ich denn her habe deswegen falls ihr wissen wollt was das für ein mod ist ich kann es euch leider nicht sagen ihr müsst einfach nur nach schwertransporter hänger gucken dann solltet ihr das eigentlich finden so und ich würde sagen wir fahren jetzt einfach nochmal eine runde in der innenperspektive um das auch einmal zu kontrollieren wie das denn so aussieht sieht eigentlich sehr solide aus das fahrverhalten mit beladung und ohne beladung gefällt mir eigentlich ganz gut da kann man nicht meckern er hat eine ordentliche geschwindigkeit kann ich euch gerne mal zeigen wir fahren gerade hier mit 60 km h das mit ohne schwertransport also mit schwertransport hänger aber ohne ladung ist sehr solide und ja dann wollen wir doch jetzt mal kurz noch den häxler aufladen und ihm auch noch zum hof bringen so sein bruder hier der new holland fr 850 aus dem new holland dlc auch den hat sich der bauer gerade frisch gekauft das heißt das der perfekte moment einen schwertransport zu machen und auch dieser mod passt beziehungsweise ja es ist doch ein mod passt einwandfrei auf den hänger drauf mit der größenverstellung und ja jetzt sehen wir mal wie sich der ganze die geschwindigkeit verändert wenn wir eine last hinten drauf haben jetzt haben wir nämlich eine geschwindigkeit von ja wir kommen doch eigentlich ja wir kommen auf unsere 60 doch also er fährt eigentlich ziemlich schnell auch mit last hinten drauf gut das haben wir dann auch geschafft der zweite häxler beziehungsweise der häxler ist auch beim hof angekommen jetzt können wir den häxler noch abladen und dann haben wir hat der mod den test bestanden er ist ein schwertransport akb kann aber auch im normalen einsatz gut genutzt werden und ja damit verabschiede ich mich für diese mod vorstellung ich hoffe ihr hattet spaß und ihr habt den eindruck von der mod bekommen wenn ihr Bock drauf habt den mod selber zu zocken der link zum downloaden des mods ist in der video beschreibung und wir sehen uns bei der nächsten mod vorstellung wieder haut rein und ciao ach bevor ich vergesse noch mal ein kleiner nachtrag meine persönliche meinung zum mod der mod ist sehr solide und deshalb eine empfehlung meinerseits für ein schwertransport akb da er in der beta ist wird da bestimmt noch einiges kommen also habt ein bisschen geduld mit dem mod unterstützt den modder und jetzt bin ich aber raus ciao